hey leute seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen video auf ediros tatsächlich ein neues video und es ist ein monat her ja kommt hin seitdem ich was für den typ getan habe und ja an allererster stelle gehört erstmal eine entschuldigung von mir aber trotzdem es ging nicht anders ich finde ich viel labern deswegen sage ich einfach mal das war schulische gründe ich habe auch facharbeit geschrieben das war gerade die zeit und dann war es einfach so wie druck so wie klausuren und es war einfach ich habe einfach eine zeit gefunden es ist leider so und egal wir wollen direkt zum video kommen einfach um wieder reinzukommen ein bisschen ja videos zu machen bock drauf und heute spielen wir noch einen black ops 2 auf der pc und einfach mal gucken was sich für lustige spielzielen sozusagen ergeben und mal gucken ob ich da einige sachen zusammenschneiden kann habe ich mal so eine art video versuchen kann ja würde ich mal sagen dann geht es nun direkt los mit dem video na jetzt müssen das war aber nicht ganz so vorgestellt auch menschen kinder weh auch jetzt schön mein leben auch what oh doppel headshot es geht los na das war es schon wieder ich warte noch auf den ersten trippelfeet ne 1 2 kommen irgendwo dritten ja ein trippelfeet komm quad ah man ok langsam vorarbeiten maria langsam jetzt kommt der quad feed ah nee jetzt habe ich erstmal gewonnen nee verloren scheiße ach das gibt es ja nicht na gut dann lassen wir uns jetzt mal ganz kurz versuchen vernünftig zu spielen so jetzt wird er rasiert aber richtig oh mein gott ich habe noch nie in meinem leben so schlecht geämpft das gibt es ja nicht das war was ist das Fieffi-fieffi-fli-fli-fli-fli-fli-fli-fli-fli Fuh-fuh-fuh-fuh-fuh-oh-oh-oh poppedb-fquestb-fquestb-fosaurus Fii-fhis-f Branchkömmrado Ja, immer noch die Schlips-Runde, die ich jemals gespielt habe. Ich wette, jetzt hau ich direkt mein Nuklear damit raus. So, und Nykthorn wird jetzt hier gerockt. Das schwöre ich. So, jetzt geht das hier los. Welche Waffe? Im Prinzip 4, 3, 2, warum synchronisiere ich? Ich brauche nicht synchronisieren. Schössame. Noch schlechteres Ame. Noch schlechteres Ame. Schösserstes Ame ever. Da war einer. Also wir merken die alle schreitze Ame. Also ich. Hm. Nee. Da vorne fällt eine Kanterdrohne. Hm, jetzt zeig ich ein Orbi. Da vorne fällt eine Kanterdrohne. Oh, so ein kleiner Horensohn. Ah. Vielen Dank.